Also früher, da stand ich noch eher auf Dinosaurier und so, aber jetzt interessiert mich Astronomie mehr. Was findest du an Schule gut? Die Pause und Sport. Hast du auch Stückchen drum? Was ist denn das? Nö, aber ich hab die so fein. Ich hab halt mal einen Nachteil am Körper. Dafür bin ich in den anderen Dingen sehr gut. Ich bin immer sehr gut. Vielen Dank.